Willkommen zu einer Runde Bad Wars auf dem GOMO-Server und ich verklicke mich erstmal 17 mal. Es ist doch sehr angenehm. Ich hatte schon angekündigt, dass in den Ferien ich so einen Uploadplan haben werde und heute ist der erste Tag. Also wenn ich es richtig hinbekomme, dann dürfte heute Dienstag, keine Ahnung wie viel zu sein, erste Ferienwoche für NRW zumindest, ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Ich glaube, mein Gegner ist nie gejoint oder geeaved oder sowas. Und tschüss. Und ich würde mal sagen, dann gibt es einen kleinen Zeitraffer in die Mitte. Also, er hat jetzt mein Bett. Der Dude hat jetzt mein Bett und ich glaube, der hat auch geblickt, dass ich Gold habe. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein Camp Battle. Was nun, so ein... So, neue Runde. Hoffen wir mal, dass diese Runde besser läuft, weil mich nur sterben zu sehen ist irgendwie langweilig als Gameplay. Und ich habe nicht Zeit, 800 Mal aufzunehmen. Beziehungsweise zum Aufnehmen hätte ich sogar die Zeit, allerdings das 8 Stunden Rohmaterial zu cutten. Ist jetzt nicht gerade so mein Liebling, meine Lieblingsbeschäftigung. Und in den Ferien und tschüssi. Bock auf einen Nock hast du definitiv, anscheinend. Wow. Wow. Kann man so ein Bob sein, weißt du? So dieses zu scheiße sein und dann Ragequitten. Ich finde, irgendwie rum zu ragen oder sowas von mir aus, wenn dein Gegner die spawnetrapt oder sowas schon, aber wenn du zu scheiße wirst, dann darfst du es nicht. Das verbiegte ich einfach mal ganz dreist. First Try in der Mitte. Das habe ich, glaube ich, auch schon lange nicht mehr geschafft. Und es war schon irgendwie in der Mitte. Wer war denn schon in der Mitte? Rote war schon in der Mitte, anscheinend. Gut, ich warte jetzt auf ein bisschen Gold. Oh. Fuck it, dieser Bastard will zu mir gehen. Ich würde einmal gerne anmerken, dass der Endstone in diesem Teacher-Pack ziemlich behindert aussieht. Darf ich das? Danke. Okay, das Bett von Team Geld. Äh, Geld, oder? Ich bin schlau. Also der hat definitiv keinen 13er-Bogen. Hurensohn. Wow. Sorry, aber da lief ich. Und er schreibt, und dann afk-killt er mich noch mit so einem Equip-Vorteil. Das sind doch, sowas sind doch laut. Also dann, auch wenn es jetzt keine so erfolgreichen Runden wurden, die Aufnahme ist lang. Ich bin voll tilt. Deshalb, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Bis dann. Ciao.